Ich bin hier sozusagen an der letzten Ecke oder am letzten Ende des Gleises tätig und möchte nun zunächst einmal die Korkstreifen einfügen. Ich muss erstmal diese Korkstreifen hier einkürzen. Hier brauche ich jetzt noch eine Lasche oder ein anderes 4 cm Stück, je nachdem was mir zuerst in die Hand fällt. Das ist das halbe Stück, das hier keine Löcher hat. So, das hier war da drauf. So, das hier war da drauf. Das ist kein Vierer, das ist kein Vierer, das ist ein Vierer. Okay, wie ging es jetzt weiter, wo habe ich den Kram hingetan? So ging es weiter. Ausgehalten jetzt hier an der Weiche. So ging es wieder an der Weiche. Wie gesagt, aus Gremit hier an der Weiche muss ich einen Seelschienenverbinder einsetzen. So ging es wieder an der Weiche. So ging es wieder an der Weiche. Machen wir mal schnell einen Funktionstest. So ging es wieder an der Weiche. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sollte ich jetzt doch besser noch eins aufschieben.